Becoming Unique Hi Kiki, wir lieben dich, wir sind richtig froh, dich zu sehen. Ich hoffe, wir werden richtig viel Spaß haben, wir können dich später noch sehen. Danke für deine Musik, für alles. Das ist ein Black-Awhite-Film. Ich mache mein Liebmutter, zu tätowiert bis zum Kilo und dann ist der Zuge, kein Kännchen, Regen ist Bett. Der Weg ist aktiv in der Gegend und Bett. Nicker, wir sind... Nicker, wir sind brav. Lauter, lauter, ich bin das Unique und ich höre lauter. Seid ihr ready? Ich arbeite mit Periode. Ja, ich schaff vor, was auf den Tron. Money, you're my man. Static, mein Best und schütt die Barschland von allein. natmenbüse, gut energy, gut energy, gut energy, gut energy. Okay. Huge, 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 Sie khu... Jetzt gehen wir zur Fuß 가는 Point. Die considerations. Das war's für heute. So, 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 so. So langsam, so langsam wird die Luft hier dämmt und Geier kreisen umher, denn wenn alles um mich zu laut ist, geblendet vom Blaulicht, schließe ich meine Augen, genieße die Aushil. Was willst du? Was brauche ich? Unglücklich zusammen und alleine geht es auch nicht. Geinlau, 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 geinla Musik Das ist keine Liebe, das fucken. Dein Ex-Nüge zeigt sich diese Sachen, Baby. Ich gebühle keine Liebe, ein Ritter von diesem Leben lässt sich geben, Baby. Ich bin bei uns, was du liebst und was du hast. Ich bin bei uns, was du liebst und meinetwas, was du hast. Ich lebe jeden Puss, ich bin bei uns, was du schaffst. Das Geld, was du lieben und das Ficken, was du machst. Das kann Liebe, das ist gut, das nächste Zeit, ich zie es mal, Baby. Ich bin bei uns, keine Liebe, das ist kein Liebe, das ist keine Liebe, Baby. Hey, hey, keine Liebe, hey, keine Liebe, hey, hey, keine Liebe, hey, hey, keine Liebe! Ich bin bei uns, Problems, Problems! Bitch, please, ich schicke mal mal 2, SMC, scheiße, wir sind Pack-Off, dieser Digger Shit! Sagt mir ein Ziel und ich kenne elf, Digger, die Problems, Problems. Ey, hey, hey, siehst du, wie wir kriegen? Problems, Problems. Oh, wo hast du dich da geschrieben, Bruder? Ey, was geht, ja? Bielefeld. Der Garst gefallen. Bielefeld, Biele gefallen. Komm, wegzumachen. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Super schön. Danke. Sit down. Be humble. Hast du nicht genug? Aber schenk mir. Kannst du mal die schenk mir. Mal für die Kuh. Mal für die Kuh. Mal für die Kuh. Dankeschön. Mach Foto. Lass. Hä? Einsperren mal. Eigentlich sind es noch nicht mehr. Happy Birthday, Cobra Cobra. Happy Birthday to you. Sie wird morgen sagen, warum habe ich das nicht gefehlt? Warum habe ich das nicht gefehlt? Schmerz. Viel Erfolg für die General. Dankeschön. Mach's gut. Hallo. Ich hab mich extra gemascht. Wuhuuu. Hallo. Hallo. Wir sind einfach 19 mit unique geilen Frauen und ich meine, was gibt's geileres als eine riesen Gruppe an Weiber zu sein, die alle dasselbe machen. Wir lieben das, auf der Bühne zu stehen. Deswegen lass uns morgen abreißen. Hey. Lass uns morgen abreißen. Lass uns morgen abreißen. Lass uns morgen abreißen. Da sind wir. Da sind wir. All Nancers. Ei, 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 ei. Das ist deine Motivation. Gibt's ein paar Sachen von Maiki? Danke für euch. Wuhuuu. Ey, 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 ey. Auch voll schön eingebaut. Hallo. Oh, hi. Du, mein Mann ist on. So, ich fühle mich, dass du dich bist. Du bist so schnell. Du bist so schnell. Du bist so schnell. Du bist so schnell. So Leute, was geht? Ich bin jetzt erst mal in München angekommen und wir sind hier schon bei den About You Awards. And I'm nervous as fuck. Die Tänzerinnen sind jetzt auf der Bühne, wir machen jetzt so Stellproben und so Sachen. Und ich habe gute Laune, wie ihr merkt. Die Tänzerinnen sind jetzt auf der Bühne, wir machen jetzt auf der Bühne, wir machen jetzt auf der Bühne. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Willst du dein Make-up und du nicht so schnelles sehen? Du bist aus dem Outer nicht so schnelles sehen. Oh mein Gott. Du bist ein Pirat. Ja. Du bist ein Pirat für ihn, ey? Wir sind hier. Das ist ein ganzes Gang. Oh oh. Oh oh. Das ist ein Lissier-Hop. Mike Zenger ist heute auf Platz 1 der Charts gechartet. Darauf, dass wir unsere Kinder von diesem Abend erzählen. Okay? Ja. 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 Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Bruder, wie geht's dir? Alles gut? Schwester, was geht mit diesem Mic-Singer? Wieso? Wir hatten gerade einen Auftritt für hier bei den Joghurt. Hast du jetzt nominiert, oder was? Ja, wir sind nominiert in der Kategorie Musik mit Lea zusammen noch. Lea Meier-Randhut? Nein, die Lea, Bruder. Soll ich was dribbeln, dass du den Preis kriegst? Ich kann was klar machen. Bruder, ich glaube, ich möchte diese fair gewinnen, weißt du? Ich kann das klar machen, was für fair. Da ist doch der Graber, alles gut. Für Schwester. Okay, mach's gut. Ach so, warte mal. Viel Glück beim Preis. Dankeschön. Unique. Rap ist eine Männerdomäne und voller Männer. Überall Männer, 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 Männer. Wo sind die Frauen im Rap-Game? Sag mal, wo sind die Frauen im Rap-Game? Wir haben Ace, wir haben Haiti, wir haben Nura, wir haben Juju, wir haben Unique. Und ich hätte gerne mehr. Ich hätte gerne mehr Frauen im Rap-Game. Willkommen in meinem Blog. Willkommen in meinem Blog. Eine weitere Erfolgsgeschichte aus dem vergangenen Jahr. Unique. Mit ihrem Album Gift schafft sie es in die Top Ten der Albumcharts. Und neben ihrem erfolgreichen Ausflug in die Schauspielerei, werden ihre Songs Willkommen in meinem Blog und Wer ist so nice millionenfach aufgerufen. Wer ist so nice wie ich? Wer ist so nice wie ich? Wirf die Haare hin und her. Wem von uns nennt ihr hier Bitch? Komm, wir machen allen klar, dass wir Königinnen sind. Der About You Award in der Kategorie Music geht an. Der About You Award in der Kategorie Make! Ja. Oh mein Gott! Es ist Unique! Danke schön erst mal an dieser Stelle. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, ich meine erste Rede und mein allererster Award. Natürlich danke ich meinem Team von ganzem Herzen. Ich danke jedem Menschen, der ein offenes Ohr für meine Musik hatte. Ich danke jedem Menschen, der mich supportet. Natürlich meine Community. Danke auch an Mike und nochmal Glückwunsch für die 1, Bruder. Und ja, nochmal danke, danke, danke. Sky ist auf jeden Fall the limit, der ich hoffe, dass ich ganz viele Künstlerinnen und Künstler da draußen inspiriere, niemals aufzugeben, Digga, und auf jeden Fall sich jeden Award auf der Welt zu holen. Ja. Ah, now you're a pro. Oh, wait, wait, I need someone to fill up. Can you slow? Okay. 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 Danke schön. Danke schön. Wirklich. Ich freue mich mit dir. Ich freue mich auch, Digga. Danke an alle, die mich reingemacht haben. Danke an alle, die mich für mich gewohnt haben. Danke an alle. Wirklich. Danke sagen wir. Mama. Wirklich. Einige. Juni. 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 Uni. Uni. Ich will auch abküssen! Wherever they set your ball, race it! Oh, hi! Wir sind gerade bei den ABO 2 Awards After Show Party. Wir sind voll lit. Voll geil hier. So viele Leute, ich bin so begeistert. Ich bin so froh, alle kennenzulernen. Und ich bin einfach so dankbar, dass Junik mich mitgenommen hat, weil ich danke mir so auf, guck mal, I thought I'm just a friend. Aber sie war für mich mehr. Und sie hat mir gezeigt in den letzten halben Jahren. Wir sind beide. Wir sind Schwestern. Was ist das? For real, for real. For real, for real. Ich bin drunk und deswegen nicht mehr sicher. Mann, doch! Weg! Die Kamera geht weg! Hi! Hi, Schmell! Filmst du das? Jeder Make-Up-Astelle hat doch heute geht selbst mal, dass ich die Showen kann sehen. Make-Up by Dominic Lores! Hallo! Hallo! So, Junik just won an award. We're so proud of her. That was amazing. Mann, Mann! Das ist der Stahls-Auf-Disch! QQQ! Jermaine! Kenna Stalker! Kenna Stalker? We're having a weird conversation right now. We don't want to be interrupted or anything. Like private? No! Private? Can you cut it off? Mike, please! Just cut it off? Just do it! Just do it! Oh, geiles Wetter, Mann! Ja, Mann! Und genau das liebe ich an Dings so. An diese München-Österreich-Shit. Oder immer Top-Wetter. Du siehst keine Wolken! Nicht wie bei uns im Norden, Bruder. Hey, wir sind alle beim Pool. Ich will auch noch den Pool sehen. Ey, lass mal noch zum Pool. Ja, lass mal jetzt zum Pool. Ja! 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 Wir müssen auf jeden Fall los! Oh nein! Kamera aus jetzt, Bruder! Wir müssen los, ey! Es ist vorbei! Ist heute Frauentag? Heute ist auch ein Tag, hab ich was. Ist es Frauentag? Jeden Tag ist Frauentag, wenn du möchtest, Bruder! Ja! 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 Okay, ey! Ja! Ja! Okay, Leute, falls wir uns nicht mehr sehen, kommt natürlich gut an! Ihr auch! Dankeschön! Und wir sehen uns in Berlin! Ja! In Business-Sprachen nennt man uns Proof of Concept. Wir sind der Beweis, dass dieser Scheiß funktioniert. Verstehst du? Ja! 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 Ich wollte nur sagen, was habt ihr denn? Ne, das ist verraschminker-lappeln. Was ist das für? Ja, das ist geschehen! Ja! Ja! Hier, da geht's, Sir! Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh, 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 ich bin froh. 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 Ich bin froh.